Mein Name ist Charlotte Plattner. Ich arbeite als Oberassistentin am Institut für Öffentliches Recht der Universität Bern. Meine Doktorarbeit habe ich an der Schnittstelle Völkerrecht und Tierrecht verfasst. Ich wollte wissen, wie, wenn überhaupt, können Staaten Tiere in einer globalisierten Welt schützen. Das Recht anerkennt Tiere als empfindungsfähige Wesen mit eigenen Interessen. Die Berücksichtigung dieser Interessen ist aber oft nur ein Lippenbekenntnis. Dies, weil sich Tiere in einer globalisierten Wirtschaft wiederfinden. Und dort herrscht massiver Wettbewerbsdruck. Sind die regulatorischen Hürden gering, so zieht dies Investoren und Produzenten an. Ist der Tierschutz hingegen stark, so gilt dies ökonomisch als Standortnachteil. Als Folge davon finden sich Staaten im Race to the Bottom wieder, einem Wettlauf hin zum geringsten Tierschutz. Meine Arbeit hat nun erstmals aufgezeigt, wie dieser Wettlauf gebremst werden kann. Staaten können sich das Konzept der extraterritorialen Jurisdiktion zunutze machen. Dies bezeichnet die Anwendung nationalen Rechts auf Sachverhalte im Ausland und hat bereits das Wettbewerbsstraf- und Menschenrecht-Revolution. Nehmen wir etwa an, ein Schweizer Unternehmen verlagert seine Produktion ins Ausland, um rechtlichen Vorschriften zu entgehen. Etwa dem Käfigverbot. In diesem Fall können die verschiedenen Prinzipien der extraterritorialen Jurisdiktion genutzt werden, um Unternehmen im Ausland zur Verantwortung zu ziehen. Für meine Doktorarbeit erhalte ich dieses Jahr vom Schweizerischen Nationalfonds den Marieheim-Vöckling-Preis. Es freut mich sehr, zum Kreis der Preisträgerinnen zu gehören. Dr. Haim Vöckling war eine Pionierin im Kampf für den Zugang von Frauen zur akademischen Bildung. Der Status quo und Widerstände hielten sie nicht zurück. Hier fühle ich mich mit ihr verbunden. Das Tierrecht ist in Europa immer noch ein junges Rechtsgebiet. Vorurteile und Skepsis sind nicht selten anzutreffen. Damit muss man umgehen können. Das kann aber auch eine Chance sein. In meinem Fall machte es meine Faszination für die Thematik grösser und verdoppelte mein Engagement. Dank einem Doc-CH-Beitrag des SNF war ich schon früh wissenschaftlich unabhängig. Nach meiner Doktorarbeit zog es mich ins Ausland. Erst nach Kanada, dann in die USA. Ich wollte mehr Wissen, neue Methoden erlernen und mein Forschungsnetzwerk ausbauen. Nun möchte ich diese Erfahrungen und meinen Enthusiasmus zurück in die Schweiz bringen und mir hier eine Professur erarbeiten. Insbesondere möchte ich Studierende und angehende Wissenschaftlerinnen ermutigen, ihre eigenen Meinungen und Konzeptionen zu entwickeln. Dazu gehört, auch unkonventionelle Wege zu gehen.